alter das wort benutzt seit jahren keiner mehr jammerlappen ok lamma jappen skelettwächter beschwürt ein skelett sniper ok das will ich sehen i want to see this ein skelett sniper du bist ein ziemlich mieser schütze mein freund immerhin sniper echt jetzt das jena work aber ich glaube ich verstehe nein hier hin oder auch nicht hey how does jena work das begreife ich jetzt nicht so ganz da kann ich nicht hoch hat das ding irgendwelche fähigkeiten von denen ich nichts weiß ja muss ich aber auch sagen also hä wie ist das jetzt kaputt die explosion von denen macht die explosion von denen schaden beziehungsweise räumt blöcke weg schätze ich mal wir könnten uns eigentlich locker mehrere rüstungs teile boh moment mal hockt er da wirklich ha 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 ich bin da auf Atomschlechtert ja wer bewacht an meinem versteck jo danke ja jetzt hocken die hier alle so nach und nach alle sind zurück in ihr nesten ich hab das gefühl dass diese saftbar noch lange geben wird Ja, ist doch schön. Ja, ist schön für dich. Sitzt der da und denkt sich so, oh, jo, ich genieße das hier. Feuert noch mehr Geschosse ab und hat mehr Gesundheit. Das Ding hatte Gesundheit? Okay, fine. Huch. Reiss, wo bist du nun schon wieder hin? Oh, shit, du wieder. Mit deinem Reno. Donovan, das geht jetzt zu weit. Wir treiben in dem Tal meine Suche lang genug gestört. Du kannst die Verzauberin nicht aufhalten. Doch als ihr und ihre acht Ritter könntest du frei durch das Tal streifen. Und sogar die Finden, die du suchst. Niemals. Ich werde eher sterben, als mir eine Verzauberin zu unterwerfen. Das lässt sich machen. Okay, gut. Shield Knight, endlich habe ich dich gefunden. Komm, lass uns von hier verschwinden. Ich werde dich in Sicherheit bringen. Shield Knight. Schwöre mir treue, Black Knight, als der letzte meiner Ritter. Was ist mit dir geschehen? Kommen wir jetzt nur wieder zur Besinnung. Nun gut, Specter Knight. Beseitige diesen Eindringling. Du, du müsstest dich nur mal in seiner Nähe in die Luft jagen. Das würde schon alle Probleme lösen. Donovan, das ist doch Wahnsinn. Wir müssen noch einen Weg finden, Shield Knight zu befreien. Dann war das also die ganze Zeit schon Shield Knight. Sie hat alles genommen. Das Amulett. Luen. Sie hat mir das Leben gestohlen. Damit ist heute Nacht Schluss. Nein, ich muss sie retten. Ich muss sie finden, bevor es zu spät ist. Ach, ach, ach. Du? Specter Knight, wie freue ich mich, dich zu sehen. Ich hätte nie diese Zelle verschmachten können. Die Verzauberin ist hinterhältig, durchtrieben, unverbesserlich. Akolyt, in der Tat. Sie ist größenwahnsinnig geworden und ich musste ausgeschaltet werden. Kannst du mir helfen, sie zu erreichen? Ja, ein Pfad vom Verlies bis ins Versteck steht uns nun offen. Oh. Okay. Finale incoming. Be prepared und so. So, ich habe noch immer Geld über. Von daher. Einmaliger Wille. Verbessert Umhang. Ich meine, das ist die eine wenige ohne Nachteil. Oder wir nehmen die. Aber ohne jede Wirkung. Ich meine, fuck it. Ich wollte schon immer mal ein weißer Reaper. Ich bin so smooth. Ich swag hier einfach durch die Gegend. Ich habe sogar Klone, lol. Okay, ich hätte dann doch gerne meine... Rot steht mir besser, danke dafür. Okay. Again, Finale. Aber ich will nur noch mal kurz gucken. Ähm. Was haben wir alles? Turm des Schicksals. Achso. Warte mal. Oh, schade. Ich kann da nicht rein. Gut. Turm des Schicksals. Fünf Schädel. Da habe ich zwei. Ein. Wir haben gar nicht so viel verpasst an sich. Okay, dann geht er doch lang. Hey, ich bin der Schrecken. Dinge. Oh, Mann. Warum hat eigentlich jedes DLC ein Outfit, wo nichts wirkt? Also gar nichts. Das frage ich mich schon immer die ganze Zeit. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Final Level. Oder genau zu sein. Gen-Finale. Okay, irgendwie müssen wir da hoch. Ah, ich verstehe. Easy. Nächster Maulwurf. Wupp, wupp, wupp. Yes. Okay, nochmal alles, was wir gemacht haben. Nur jetzt. Mit ganzen Fischen. Da oben ist was. Da oben ist was. Da bin ich mir so sicher. Oh, das ist ein bisschen Stage. Es ist einiges an Stage hier. Ich komme da gar nicht mehr an. What the fuck? Ich will doch dann nur hoch. Okay, ich glaube, Geld ist jetzt mittlerweile eh nicht mehr so wichtig. Sagt er, sprang in den Tod und grillte sich selber. Wunderbärchen. Okay, jetzt aber. Ja, das war so klar. Nein, der Dash reicht gerade mal so. Nein! Oh, das ist böse. Oh, böse. Böse, 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 böse. Aber gut, wir haben schon zwei von den fünf. Ja. Da fehlen echt kaum welche. Okay. So geht das auch. Okay. Ist doch gar nicht so böse. Ich nehme alles zurück. Ha. Warum will ich mich überhaupt mit dir anlegen? Eine Sekunde. Nö, 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 nö. Du bist mir mal ein Swampasoo. Oh, das wird ekelhaft. Aber erstmal einen Schatz abgreifen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder bei dir, Vogel. Hoch hinaus. Vollbracht. Okay. Geht doch. Danke dafür. Hey. Generell, das wollte ich schon die ganze Zeit mal gucken. Heldentaten. Ach du Scheiße. Besiege einen beliebigen Boss, den Specter Knight angeheuern, wenn nur mit den, nur mit Kurios. Ach du heilige Scheiße. Spiele das Spiel durch. Finde alle roten Schädel. Ja, ich merke schon. Okay. Das sind also alle Heldentaten. Kein Wunder, dass so wenig Leute dieses Spiel tatsächlich auf komplett 100% haben. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Zeug, was davon einem verlangt wird. Ja, ich glaube, du bist mir sonst gleich ein Problem. Okay. Hier hin. Ja, okay. Hier kann ich chillen. Hier kann ich ein bisschen updancen. Ja, ich habe doch Dreieck-Dinge. Ne, ist nicht so wichtig. Ich merke schon. Hm, okay. Ja. Oh Gott, ne. Ja, jetzt hängen wir hier. Okay. Einmal da jetzt hin. Danke, danke, danke. Zieh ab, ja. So. Und dann so rum. Und wieder zurück. Weil mal kann ich. Haha, das geht sogar. Oh, come on. Echt jetzt. Kanten, Ecken. Muss sowas immer sein. Muss sowas wirklich immer sein. Tut das Not. Du sollst das nicht tun. Manchmal hat dieses Wall-Running einfach so sein. Einfach fucking Eigenleben. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. So. Swaggity, waggity. Aber trotzdem irgendwie. Das DLC hier. Ich finde es fast schon besser, als das... als das an sich Spiel schon fasst. Hey. Okay. So. Wir warten. Spiel, wenn du warten willst. Der dritte? Nice. Ups. Okay Hier sind wir safe Bis die Zwiebeln kommen zumindest Oh nein, ich hab nicht gesehen, dass das da oben zu geht Oh, come on Na gut, wer braucht schon Geld, nicht wahr So Und sag mal, kann die fucking Death Zone noch früher anfangen bei Böden? Das ist echt so ein Nervpunkt Das ist so echt da andauernd hier Du berührst das Nichts eigentlich nur Nicht mal mit deinem kleinen Zeh Aber auf einmal bist du instant tot Das ist echt so ein kleiner Nervpunkt hier So generell hier Ne So Aber uns fehlt noch ein Item an sich So, wir warten wieder Ah, die Feder Die Feder ist so fucking broken an sich Okay Ja, er hat nicht Oh Mann Jetzt wird's langsam echt doof Jetzt wird's langsam echt scheiße Also Danke Oh ja, komm Weißt du, der Boden fängt da schon an Der ist da schon da Aber nö Du hast die Death Zone berührt Oh Meine Güte Jetzt wird's mir langsam zu doof hier Verdammte Scheiße Du hast du noch eins Alter Dahin jetzt Den da Kaputt Danke Oh Danke Weiter jetzt Ich werde generell bei sowas ungeduldig hier Wenn man denselben Ist das dein fucking Ernst? Oh Hallo Das hast du die ganze Zeit nicht gemacht Oh Mann Was mach ich denn da Na was mach ich denn da Oh Mann Oh, diese Stelle geht mir grad so auf den Keks Sie ist einfach nur warten Das Spiel Und das kann ich nicht Da hab ich absolut keinen Nerv mehr drauf Oh, halt doch die Futterluke hier jetzt Dahin, dahin, dahin Kann man nicht schon im Schlaf mittlerweile Oh, Gottes Willen So Feder Danke Oh, come on Das kann nicht wahr sein Oh Mann So Hier So Wie soll man das jetzt richtig machen? Das schafft man doch gar nicht Was zur Hölle? Boah Das heißt Ich soll die ganze Zeit da Bei diesen verkackten Zwiebeln rumhängen Bis sich das Spiel denkt Ja, jetzt darfst du Oh Der Part hier kann mir einen lutschen, ey Ohne Scheiß Gesamtes DLC awesome Bis der Punkt hier kam Oh, come on Jetzt hinne hier Ich mach das selber, komm Swap Ach, hm Ja Ich hab's auf Avaro, ja Aber ich weiß nicht, wie ich das hier teilen soll Wenn ich ganz ehrlich bin Ja, das ist okay Hat sich erledigt Ich bin einfach nur ein dummer Mensch Ich bin einfach nur ein hirnloses Wesen Belassen wir es dabei Guck man da links Nope Lass mich raten Hier ist tot Ja, natürlich Warum sollte es das noch nicht sein, ne Sieht ja nur aus, als ob da was ist Jetzt runter da Weißt du was? Ich renne da wegen dem Geld gar nicht erst hin Warum? Sorry Das da sah aus, als wäre das eine Plattform Für mich zumindest Oh Oh mein Gott Geh da jetzt Mach das jetzt Weg Viech Gerät Wieso falle ich auf dieselbe Scheiße zweimal rein Oh Oh Someone please punch me Ohne Scheiß Ich kann doch nicht so retarded sein Zieh ab jetzt Hoch da So Alter, einfachste Stelle im Game Ich sterb fünfmal What? Ach du Scheiße Ich hab's doch gesehen Und ich mach's trotzdem Ich schwachkopf Och Ey Och Du hast noch am Außenweg Hoch da Danke, danke Feg dich weg Du Skelett Fuck Bist du noch Wo ich richtig viel Geld hatte Ja, ich auch nicht mehr What? Nein, nicht da Nicht da hoch Du sollst Nicht da hoch Okay, jetzt darfst du Scheiße Scheiße auf das Geld Hahaha Oh, schön Trollpart Oh, mit dem Ding? Oh, come on Das ist nicht nett Oh, ja Scheiße Ich hab das irgendwie Jetzt überlebt Ja, du musst da aber hochkommen Nein, Rüdiger Halt die Fresse Oh, come on Alter Unsichtbare Wände Soll ich euch noch was Schönes geben? Wie wär's mit Invisible Coin Blocks? Wollen wir richtig Cancer sein? Komm, wir gehen Invisible Coin Blocks Die mag jeder Aber da fahren wir immerhin schon fast alle davon Aber ich werde nicht zurückgehen und alle holen, so wie ich mich kenne Ohne Scheiße, so wie ich mich kenne Oh mein Gott, nein Warum heißt diese Stage eigentlich Final Stage? Ja, weil aus den beliebtesten Punkten aus den Stages das Beste zusammenkommt Hier, probier mal Das sind Scrolling- Okay, Scrolling-Level haben wir noch nicht Das sind dummes Wasserscheiß Da ist Bouncing-Kacke Und dumme Spikes Und deswegen heißt das Final Level Genau Und darum heißen die Deutschländer Genau Meister Komm hoch mit dir Nein Mann Ich hab grad keinen Nerv mehr auf diese Stage Alter Diese Final Stage geht mir grad Geh da runter jetzt Du Pisskop Oh Ja, komm Geh mir aus dem Weg jetzt Ich hab keine Zeit für so'n Blödsinn Geh doch da hoch jetzt, Mensch Lol Der eine ist da grad nicht kaputt gegangen Aus irgendeinem Grund Pass auf Pass auf Okay Ne, das So, scheiß aufs Geld Ich hab eh nicht mehr viel über So, du Fischfuck Ich sag dir, ey Dich verkauf ich an Captain Iglo So, Maul hat ein Fisch Ich schmeiß auch den Kopf weg Fick dich, Fisch Kannst du nicht, dass sie sich gedacht haben Och ja, komm Das Ding war in Super Mario 3 so beliebt Das brauchen wir unbedingt nochmal Nur nicht in Insta-Kill, bitte Thanks for the Hähnchen Okay, wir haben alle Er kann die Stage ja jetzt auch Oh, ha, ha, ha Ist jetzt nicht euer Ernst You fucking Scrolling Level Again Wo soll ich... Hier? Okay, hier. Ach du Scheiße, das ist ne bouncy... Ne bouncy Laterne. Das sind alles bouncy Laternen. Und... Okay. Oh nein! Jetzt echt ne fucking Scrolling-Passage. Das ist aber nicht euer Ernst jetzt. Dass ihr mir den Dreck auch noch antun wollt. Oh Mann. Mit Insta-Kill-Boden. Denn warum nicht? Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich hasse Scrolling-Level. Ich hasse sie. Einfach abgöttisch. Es ist einfach nichts schlimmer, als dass du dieselben Parts 10.000 Mal machst. Oh mein Gott. Okay. Das ist wieder... Ne, das sind jetzt normale. Oh mein Gott. Das ist schon vorbei. Danke, 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 danke. Checkpoint. Oh. Darf ich Knight Rider sein? Oh, ich bin Knight Rider. Oh yes. Auf jeden Bullshit kommt was Gutes. Und hier kommt jetzt tatsächlich was Gutes. Okay, das ist super cool. Ich möchte nur mal so betonen, da war jetzt ein Checkpoint für ein bisschen gegrindet und ein Checkpoint. Kehre um, du Arsch. Ich lasse nicht zu, dass du dir wehtust. Genug der Worte. Sein Schicksal ist besiegelt. Wie eins das meine. Doch der Junge, er konnte noch eine Chance haben. Stähle deine Schaufel. Du fuck. Wird das Ding jetzt... Ach du scheiße. Ach du scheiße, das Ding baut es da noch in die Gegend. Was wird das jetzt hier? Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. What the fuck? Jetzt. Habe ich ihn ja nicht mal runtergekriegt von dem Ding. Warte mal. Ist vielleicht... Oh, der ist sogar praktisch. Okay, brauche aber einmal Heilung. Der Sniper ist gar nicht mal so doof an sich. Okay. Magst du das mal? Yeah, no. Yes. Mäh, 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 mäh. Ich würde an deiner Stelle nicht so doof lachen. Nein, mein Sniper. Oh, come on. Nicht jetzt so kurz. Nicht so kurz vorm Ende. Nicht, wo du nur noch einen halben... Ja. Das Ding bouncet einfach nur durch die Gegend. Nein. Lass das. Yes. Oh. Hörnchen. Hörnchen. Haben wir unser Monstrum Hörnchen genannt? Verzeih mir. Aber ich lasse mich nicht länger aufhalten. Ich habe die Fratzen dicke. went. Oh, ja. Ander. Wie. Bis zum nächsten Mal.